47. Kapitel Was war das denn? Angel zuckte zusammen, als Martin zu ihm trat und einen Blick auf das Autogramm warf, das er in seinen noch immer zitternden Händen hielt. Hast du das gesehen? Er hat mit mir gesungen und er hat mir seine private Nummer gegeben. Martin. Klar habe ich das gesehen. Ich habe auch gesehen, wie er dich angeschaut und angefasst hat. Du Hermoso Angel. Martin übertrieb die spanische Aussprache so, dass Speicheltröpfchen aus seinem Mund spritzten. Der ist doch pervers. Wieso? Was hast du denn? Er hat mir gesagt, dass er mir helfen kann. Klar will er dir helfen und ich weiß auch schon genau bei was. Martin ließ seine Hände in einer obszönen Geste aufeinander klatschen. Diese Sau hat dich angemacht und du bist voll drauf eingestiegen. Hast du überhaupt kein Schamgefühl? Ich verstehe dich nicht, Martin. Was hast du denn? Bist du wirklich so naiv oder tust du nur so? Der Typ, der will dich doch nur ficken. Angel schüttelte den Kopf. Wir haben miteinander ein Duett gesungen, Martin. Nur gesungen? Klar doch. Und er hat auch nur rein platonisches Interesse an dir. Angel, wach auf. Der Typ hatte einen Ständer. Hör auf, Martin. Ich will das nicht hören. Obwohl Angel sich bewusst war, dass noch immer Menschen im Foyer standen und ihn beobachteten, presste er sich die Hände auf die Ohren. Gerade eben war er noch so glücklich gewesen. Nur ein paar wenige Worte eines gleichgültigen Menschen. Und alles lag in Scherben vor ihm. Wie konnte Martin diesen erhebenden Moment nur so in den Schmutz zerren? Auf der Rückfahrt herrschte eisiges Schweigen zwischen ihnen. Angel sah auf die vorbeiziehende, mondüberflutete Landschaft. Das Gesagte lastete schwer auf ihm. Er fühlte sich matt, ausgelaugt und missverstanden. Wie weggeblasen war die Freude und Euphorie, die ihn noch vor kurzem wie eine Welle überschwemmt hatte. Sag mir bitte, mit was ich dich verärgert habe. Wieso kannst du dich nicht mit mir freuen? Flüsterte er. Es regt mich auf, wenn ein Kerl dich anmacht und du das als Kompliment auffasst. Aber es war doch ein Kompliment gewesen, was er gesagt hat. Ob er jetzt mein Aussehen, mein Wesen oder mein Können meint, im Endeffekt ist es doch ein und dasselbe. Nein, das ist es eben nicht. Martin sah starr auf die vor den Scheinwerfern erhellte Straße. Aber vielleicht sollte ich das lernen. Es würde unser Beisammensein leichter machen. Danke, Martin, sagte Angel und lehnte seinen Kopf zurück. Er hatte nicht das Gefühl, dass Martin dies als Entschuldigung gemeint hatte. Trotzdem würde er es als solche annehmen. Er wollte ihre letzte gemeinsame Nacht in Italien nicht durch einen Streit verderben. Dennoch blieb Martin die restliche Fahrt schweigsam. Auch als sie in der Villa seiner Eltern angekommen waren, sagte er kein Wort. Sein Blick war kühl und abschätzend. Als er sich einen Trink an der Bar mixte, trat Angel von hinten an ihn heran. Langsam öffnete er die Knöpfe des Jacketts und zog es ihm aus. Dann umfing er ihn mit den Armen und legte seine Wange auf Martins Schulter. Willst du, dass ich dich ficke? Angel zuckte unter den harten Klang von Martins Stimme zusammen. Außerdem war er über die krasse Ausdrucksweise erstaunt. So hatte Martin noch nie mit ihm geredet. Er schien ihn mehr verärgert zu haben, als er geahnt hatte. Besänftigend antwortete er, natürlich möchte ich das. Martin stellte sein Glas auf die Theke und drehte sich zu ihm um. Sein Gesicht war kalt. Die streng zurückgekämmten Haare unterstrichen diese Gefühlskälte noch. Unwillkürlich trat Angel einen Schritt zurück. Martin musterte ihn einen Moment. Dann packte er ihn an der Schulter und stieß ihn zu einem Sessel. Mit einem überraschenden Griff in den Nacken beugte er Angel, der so schnell gar nicht wusste, wie ihm geschah, über die Sessellehne und riss ihm grob die Hose herunter. Angel schnappte vor Überraschung nach Luft, brachte aber ansonsten keinen Laut hervor. Erst als Martin gewaltsam in ihn eintrang, gab er ein gepresstes Stöhnen von sich. Martins Finger grallten sich in seinen Nacken und pressten sein Gesicht in die Polster. Mit brutalen Stößen bearbeitete er ihn. Anfangs glaubte Angel, der einstürmenden Gewalt, nicht gewachsen zu sein. Doch nach einer Weile brandete die Demütigung stärker in ihm als der Schmerz. Stumme Tränen liefen über sein Gesicht und versickerten in den Polstern. Es dauerte lange, bis Martin endlich, nach einem letzten, tiefen Stoß, von ihm abließ. Er drehte sich einfach um, schloss seine Hose und ließ Angel in dieser erniedrigenden Stellung zurück. So, jetzt hattest du, was du wolltest. Ich hoffe, ich habe dir das geben können, was du dir von diesem Spanier erhofft hattest. Mach dich fertig. In einer halben Stunde fahren wir los. Angel rappelte sich auf und wischte sich mit der Hand über die Augen. Wohin willst du? Nach München? Wohin sonst? Ich dachte, wir fahren erst morgen Mittag. Ich habe es mir anders überlegt. Martin stürmte aus dem Zimmer und ließ Angel wie einen zerfletterten und geschändeten Engel zurück.